Klima-Demonstranten sägen Weihnachtsbaumspitze am Brandenburger Tor. Anstieg der Pflegebedürftigen auf fast 5 Millionen. Diese jetzt 14 Cent teurer als Superbenzin. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 21. Dezember. Am Dienstagmorgen haben Klima-Demonstranten in Berlin die Spitze des Weihnachtsbaums vor dem Brandenburger Tor abgesägt. Laut Polizei wurden drei Menschen in Gewahrsam genommen. Die AfD steuert aus Sicht des Verfassungsschutzes inzwischen nahezu ungebremst in Richtung Rechtsaußen. Kräfte, die versuchen, die extremistischen Tendenzen aus der Partei zu verdrängen, nehmen wir kaum noch wahr, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, im Interview mit der Deutschen Presseagentur. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat nach den Pannen beim Schützenpanzer Puma-Kritik aus der Union an einem zu spät erfolgten Stresstest zurückgewiesen. Die Übung sei genau richtig angesetzt worden. Erklärte die Politikerin im Deutschlandfunk. Lambrecht gab der Industrie ein Zeitfenster von wenigen Wochen zur Instandsetzung. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hat heute Eckpunkte für eine Ausbildungsplatzumlage im Land Berlin vorgestellt. Mit der Ausbildungsplatzumlage soll ein solidarisches Finanzierungssystem geschaffen werden, das das Ausbildungsplatzangebot im Land Berlin erhöht. Eine Umlage, die mehr Ausbildungsplätze schafft, ist ein wichtiges Mittel gegen den zunehmenden Fachkräftemangel und für mehr Gerechtigkeit zwischen den Betrieben, sagte Senatoren Katja Kipping. Erstmals seit Mitte Oktober ist der Preis für Dieselkraftstoff wieder gestiegen. Die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, dass ein Liter Diesel im bundesweiten Mittel 1,804 Euro kostet und damit 3 Cent mehr als vor einer Woche. Auch Benzin ist teurer geworden, jedoch nicht im selben Maße wie Diesel. Danach kostet ein Liter Super E 10 im Schnitt 1,661 Euro, ein Plus von 0,8 Cent. Der deutsche Staat hat im laufenden Jahr so viel Geld zur Förderung elektromobiler Autos ausgegeben wie nie zuvor. Nach vorläufigen Zahlen flossen 2022 rund 3,2 Milliarden Euro an die Käufer von rund 640.000 Fahrzeugen, so das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt weiter stark an. Ende 2021 waren laut statistischem Bundesamt in Deutschland 4,96 Millionen Menschen. Im Dezember 2019 hatte die Zahl erst bei 4,13 Millionen gelegen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit schnellen Erfolgen der von ihm angestoßenen Maßnahmen zur besseren Arzneimittelversorgung für Kinder. Der SPD-Politiker zeigte sich überzeugt, dass diese sehr schnell wirken. Lauterbach wies zugleich Kritik der Krankenkassen zurück, die von einem Weihnachtsgeschenk für die Pharmaunternehmen gesprochen hatten. Ich glaube, das ist in erster Linie mal ein Geschenk an die Kinder. Das Geld sei sehr gut investiert. Angesichts der Situation vieler deutscher Kliniken warnen FDP und Grüne vor einer weiteren Belastung durch Silvesterböller. Obwohl ich den Reiz eines Feuerwerks gut verstehe, denke ich, dass wir uns Verletzungen durch Böller zurzeit einfach nicht erlauben können und auch grundsätzlich besser sparen sollten, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, der Welt. Masttiere in Deutschland wurden zuletzt weniger mit Antibiotika behandelt. Einem Bericht des Bundesinstituts für Risikobewertung zufolge ist bei den für die Studie erfassten Nutztierarten ein rückläufiger Antibiotika-Gesamtverbrauch zu sehen, wenn auch mit Schwankungen. Erfreulich sei auch, dass es einen Rückgang bei für die Behandlung von Menschen wichtigen Antibiotika-Gruppen gegeben habe, teilte das Bundesinstituts für Risikobewertung in Berlin mit. Die Zahl der Tierversuche in Deutschland ist 2021 leicht gesunken. Rund 1,86 Millionen Tiere wurden vergangenes Jahr für Versuche verwendet, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mitteilte. Das sind den Angaben zufolge rund 2 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit der Veröffentlichung einer Videosequenz sucht die Polizei Berlin nach einem derzeit unbekannten Mann, der am Sonntag, den 28. August 2022, eine Frau in Friedrichsfelde grob attackiert und sexuell missbraucht haben soll. Die Kriminalpolizei fragt, wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer 0304664-913402 entgegen. Die Polizei Berlin hat ein aus einer Überwachungskamera gewonnenes Foto veröffentlicht, um einen mutmaßlichen Sexualstraftäter identifizieren zu können. Der abgebildete Mann steht einer Polizeimitteilung zufolge im Verdacht, am 25. Juni 2022 gegen 2 Uhr nachts sexuelle Handlungen an einem auf dem U-Bahnhof Zwickauer Damm schlafenden Mann vorgenommen zu haben. In diesem Zusammenhang fragt die Kriminalpolizei, wer kann Angaben zur Identität und dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer 0304664-91355 entgegen. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel über Berlin bedeckt, es bleibt aber trocken bei Temperaturen um die 6 Grad. Am Donnerstag gibt es mancherorts Regen. Der Himmel ist größtenteils bedeckt bei Temperaturen von ca. 6 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.